Die letzten beiden Softbars im Geschmack Brownie, Cappuccino und Cookie Dough, Peanut haben mich total begeistert. Ich bin gespannt, ob die simple Sorte da mithalten kann. Optisch kommt der Riegel sehr simpel daher. Er wurde lediglich mit einer Vollmüllschokolade überzogen. Schneidet man den Riegel durch, spürt man eine leicht knackige Textur durch die dicke Schokolade. Direkt darunter befindet sich eine schon fast flüssige Karamellschicht. Die Proteinmasse ist ein bisschen kompakter wie bei den anderen Softbars. Geschmacklich und auch von der Konsistenz her kann diese Riegel absolut nicht mit den beiden anderen Sorten mithalten. Ich finde den Geschmack ein bisschen eigenartig. Statt Karamell bekommt man hier einen alkoholischen Geschmack geboten. Die Vollmüllschokolade kommt zwar ganz gut durch, aber durch diesen komischen alkoholhaltigen Beigeschmack ist das Ganze wirklich kein sonderlicher Genuss. Und auch die Konsistenz ist viel zu chewy. Für einen Softbar müsste es deutlich weicher sein. Sehr schade, aber diese Sorte würde ich mir persönlich kein zweites Mal holen. Rocky, 45 standing im Winter. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020